Der nächste Song ist gewidmet den Arbeitern von Fukushima, die wohl in den nächsten Monaten überleben werden, oder nicht, ich weiß es nicht. Oh, Fukushima, der neige Kirchert, Atomopekima, es ist Zeit, schockt die Arkabe in Zölkern und es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Nochmal. Oh, Fukushima, der neige Kirchert, Atomopekima, der neige Kirchert, schockt die Arkabe in Zölkern und es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, und es ist ein Kuh mit ganzer Werbung, überhitzt der Brennensprinkel, der die Atomopekima in Zölkern rauscht, die schweizische Dinge, schmal und entweich das ganze Erdbein, in Konopka, die Konopka, die Konopka, die Kirchert, die Bundeskarte, Heißwerkslei, die Bühne, die Kuh mit ganzer Werbung, der K. aus der Gier. Oh, Fukushima, der neige Kirchert, Atomopekima, es ist Zeit, 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 sind Schock2hr alábia's 알bein, es ist Zeit, schockt die Arkabe's felne bei, Es ist fein, 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 es ist fein. Panzerinnen und Regierungspartei, setzen weiter auf, absolut. Glassen, Sonne, Wind und Wasser, unbeschützt von uns davon. Zwei Wochen vor der Landtag fahren, sonst wird die Lautscheid ausgesetzt. Sein sick lust Olimpixe, ruhigen, ihnen st 핫ot, super contrairekt, nikar sett nicht bist 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 du! Es ist fein, Rob Gates modeling, es ist fein, es ist fein, es ist fein, es ist fein, es ist fein! Die Welt ist ein, es ist Zeit. Dort die Akkabee ist ein, mein sicheres Zeit. Es ist Zeit, es ist Zeit. Abschalten! 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 Ich bin eurer Kino-Welt. Abschalten! 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 In Japan! Abschalten! 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 Es ist Zeit. Stopp die Akkabee ist Weltweit. Es ist Zeit. Stopp die Akkabee ist Weltweit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. So, meine Freunde. Vor der Wahl ist die Nach der Wahl. Nach der Wahl ist wie vor der Wahl. Ich habe da einen Song gemacht. Könnte ich gerade noch mal auf Delt rücken. Den kennen wir sogar schon. Vielleicht kennt ihr den Song schon. Den habe ich performt mit meinem Einkaufswaage. Das ist ein Liebeslied an meinen Freunden AJ. Hört mal zu. Let's get flow. Schieße für den auf den Mond. Das nen Traum hat die Sicht lohn. Schieße für den nach den Mond. Das nen Traum hat die Sicht lohn. Schieße den Kretschmer hinterher. Sieße für den nachdenken. Berat dir ist gar nicht schwere. Du, die Angie war einst ein Juni hier, im Bundestag ist sie jetzt ein großes Tier. So eine Königin aus der Brücke war, sie den Hauptmann, ein guter Ziel weg war. Du darfst bei Glasweg vor, aber verschont jetzt mit einer Union. Und jetzt ab in die Amtsstation, gleich startet deine Mission. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Schieß deine Hände nicht hinterher, Politik ist gar nicht schwer. Schieß deine Hände nicht hinterher, Politik ist gar nicht schwer. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Schieß die Angie auf den Mond, das ist Raum, was ließ dich lohnt. Wenn ich sag Baustopp, sagt ihr jetzt. Baustopp, sagt ihr jetzt. Achtung, hier thick, Rello. Ein, zwei, drei. Baustopp, jetzt Baustopp, jetzt Baustopp jetzt. Baustopp, jetzt Baustopp jetzt Baustopp jetzt. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein. Wenn es der Schur muss sein, wenn es die Kühne frei ist, dann seid ihr mit dabei. Die Schur muss weiter, gehen auf Wiedersehen. So, kommen Sie in die ersten Aufnahmen. Ganz herzlichen Dank an Körperklaus, ein Mannjäger mit Streiter für unsere Sache und die Autor für Vielfalt spricht. Wir kommen zu unserem zweiten Redner. Es spricht für ihn Prof. Dr. Uwe Dreiß von den Netzwerken 21 und den Juristen zur S21. Er wird zum Beschluss des Eisenbahnbundesamts zur Umweltverträglichkeit des Brückwassermanagement strecken und berichtet von Neuigkeiten aus dem Körner Viertel. Vielen Dank.